Was geht denn hier vor? Genau. Und jetzt die ganze Zeit. Was im Namen von Josef und Maria geht denn da vor? Geht denn da vor. Du musst vielleicht so sagen, dass es mehr geht denn da vor. Dass du das Witz mehr auseinander nimmst und dann geht's schon automatisch runter mit der Stimme. Geht denn da vor. So meinst du? Ja. Was im Namen von Josef und Maria geht denn da vor? Okay, wir lernen so. Das war der Lachen von vorne. Okay. Okay. Da mischen sich tatsächlich immer wieder einige Greenbacks, welche in der Luftspiralförmung umherwenden sollen. Der Tresor knackt. Jetzt, warte ich muss sie wieder ein bisschen zurück. Guck mal runter. Sagen wir, machen wir Pitoni auf Tresor. Also der Tresor knackt. Der Tresor knackt. Ja, ein bisschen energischer. Der Tresor knackt. Jawohl. Der Tresor knackt. Die besten. Der Tresor knackt. Musik Musik Musik